jo leute da sind wir wieder wir waren ja zuletzt hier in der höhle machen hier natürlich auch weiter wir haben ja festgestellt dass wir das was wir eigentlich suchen wollten nicht hier finden weil es in einer anderen höhle ist werden trotzdem mal gucken ob wir noch was anderes hier finden oder ob hier unten dann auch schon schluss ist wir hatten hier ja einiges an gegnern und auch ein camp was heißt ein camp einiges an gegnern und heute jetzt haben wir da oben noch ein feuer das ist ganz gut denn mein kollege hat hunger ja gegner um babys wenn natürlich jetzt noch mal uns was zu essen auf den tisch schmeißen mittlerweile schon im part 19 das geht ja doch recht schnell wenn man jeden tag so einen part uploaden ja jetzt eben mal für meine ganzen in-ear-kopfhörer die ich habe vernünftige pads bestellt als alter dieses koppen auf weil ich bald vernünftig dann auch die in-ear-kopfhörer drin habe nicht mehr das dicke fette schwere headset auf habe so wir haben was gegessen ja hier lang gibt wir holen nichts wenn wir noch hier lang hier lang mehr dann tauchen das bringt uns nichts wow hallo und genau wir gucken mal was es hier lang noch gibt gegner gerade keine ahnung wohin sind da ist einer nämlich gerade im wasser geschmissen hat was mir gar nicht passt so dass man da ein feuer machen genau er trinkt da unten er trinkt ein wo ist denn der andere hin oh ich habe mich aber gerade ganz gut erschreckt da auch da oben ist noch was großes sehe ich gerade ach nein das ist wasserreflexion äh ja der andere auch ins wasser gefallen oder was kann natürlich sein oh Gott haben die mir hier jetzt erschreckt die spider na gut gehen wir mal weiter wie gesagt mehr wie sterben können wir nicht aber sterben an sich wollen wir ja auch nicht unbedingt also hoffen wir natürlich dass wir das ganze hier überleben aber richtig sehe ja werden wir hier aus der Höhle jetzt wieder rausgehen dürfen denn das ist eine Höhle wo wir tauchen müssen um weiter zu kommen äh Taucheranzug haben wir nicht somit können wir nicht tauchen und somit werden wir hier rausgehen natürlich wieder richtig nervig fahrt eigentlich also auch wenn die mich jetzt so erschreckt haben ich hätte gerne die Höhle weiter erkundet aber bringt mir ja nix na oder uns in dem Falle wenn wir hier nicht weiterkommen so hier oben müsste dann gleich das zweite Feuer kommen oh ist noch was mach mal einer guck dir da kann ich da auch nicht ausnehmen da kann ich da auch nicht ausnehmen Baby? Die Frage ist, was haben wir noch da unten, weil er jetzt sieht Babys. Was Großes, hab ich mir nämlich fast gedacht. Okay, mal gucken ob wir da dem jetzt so... Oh, da ist auch noch so ein großer. Ach scheiße. Du musst das da jetzt unbedingt weggehen, ne? Wo bin ich denn? Ach, das ist das hier. Jetzt bin ich da, wo ich eigentlich eben hin wollte, genau. Äh, ja wie mach ich's? Also ich habe zwar alles bis halt eben auf Du's dafür, was gerade sehr nervig ist. Also ich habe jetzt nichts um, äh, dem großartig entgegenzusetzen. Meine Flares sind auch leer. Oh Leute, ihr habt mir hier viel zu viel großes Zeugs hingebaut. Das heißt, wir werden uns hier gleich draußen ins Dickmager hinsetzen. Wir werden uns die Höhle natürlich merken. Ähm, aber das bringt mir grad gar nichts, weil ich halt, äh, nichts habe, um den da unten zurückzukommen. Und so jetzt, äh, dem fetten entgegenzuspringen, äh, nein. Entschuldigung, das mach ich dann nicht. Ähm. Aber wir werden uns hier draußen im Dickmager hinsetzen, um uns zu merken. Oh, je, 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 je. Hier rum, hier rum. Was war da runter? Ach, ich weiß nicht. Mit dem... Ich bin hier besser dran. Ja. Hier lang. Nicht. Genau. Gucken wir mal nochmal das Feuer. Hier liegen noch ein paar Tricks unten. Das ist natürlich, könnten wir jetzt theoretisch zwei Bomben bauen und wieder zurückgehen. Machen wir aber nicht. Aus. Mh. Mh. Und sagen uns hier ganz einfach. Moment. Kommen wir hier ein Stickmarker hin. in blau. Genau. Blau heißt, da wollen wir nochmal hin. Und wir gehen rüber in die andere Cave. Aber bevor ich jetzt in die andere Cave gehe, gehe ich kurz hier runter, weil hier unten sind Zelte und ich möchte gerne mal abspeichern. Und dann kann ich ja immer nochmal rüber an die Cave. Gibt es einen Poffer, die wir öffnen können. Der Vorteil ist, ich weiß, in welcher Höhle ich sowas wie Dynamit finde. Weil ich glaube ich sogar gerade aktuell da dran bin, zu sagen, äh... Ich gehe erstmal in Richtung... Müsst du mal diesen Pumpstein in Ruhe lassen, danke. Richtung Heimat. Dort abspeichern. Wir müssen ja auch noch ein bisschen was bauen. Da haben wir einiges da noch stehen. Kleine, die wir da brauchen. Damit ihr auch mal seht, wie das ganze Endprodukt ist. Vor allem würde ich mir halt auch gerne mal meinen Water Corrector bauen. Naja, die Pilze sollte man nicht essen. Esst mal nur einmal, die schmecken nur einmal gut. Okay. Ja, da haben wir einen weiten Weg vor. Ähm... Ja. Gut, ich weiß nicht. Vielleicht haben wir ja sogar das Glück und wir finden mal einen Reh. Der hat zwei unterwegs. Auch noch ziemlich super. Funktioniert, kurz und zwar bei Knien geht. Weil ich halt sagen muss, auch trotz Katana Reh sind das sehr zu jemals. Klar. Ah, das bleibt so. Dass das, äh... ...zu schwer. Ich hätte essen können. Aber... Still ist dort. Noch ein Lizard. Ähm... Wird Zeit, dass wir mal wieder heimkommen. Das vielleicht mal wieder aufhängt. Wow. Das war Glück. Der Sprung gerade hätte auch nach hinten gehen können. Losgehen können. Das ist mit dem Deutsch üblich nochmal, Leute. Extra für euch. Versprochen. Wir gucken, ob wir hier noch ein paar Schwüche finden. frühe war das katana halt muss man nicht extra eine hölle gehen aber heute mittlerweile muss man hat leider eine hölle gehen aber wie man gesehen hat machbar wir sind ja auf der anderen seite des strandes wir sind gleich daheim finde ich schon mal recht nett das haus steht auch noch das finde ich recht nett endlich erst mal essen dann das essen hier noch aufhängen was wir alles noch haben na nimm das zeug doch mal an die finger hier junge so nachdem gehen wir wieder raus und bauen uns mal einen mortar collector hin na machen wir ihn doch anders so schön wir haben endlich unser zinkwasser fängt jetzt schon mal an hier die mauer ein bisschen braun noch ein lizard den lizard skins können wir schon nicht mal mehr tragen mal kurz rein gucken wie viel wir hier noch drauf holen können legen können äh vielleicht noch eins und dann ist er auch voll lizards finde ich halt wie sonst was aber häschen kaum ein reel noch weniger was ich gerade finde das ist ein bisschen weg so da lag es genau so so Das hören wir gleich nochmal, wir werden gleich unseren Stopp-Vorrat in den Winter holen. Ah, hier gibt es schon wieder einen Lizard. So, dank dem Water Collector müssen wir jetzt zumindest zu Hause keine, ähm, zumindest zu Hause keine Sodas mehr trinken. Ja, kommen wir dann Platz mal wieder, Hasenjagd jetzt. So, nochmal an dem Dorf. Damit wir uns hier holen. Das ist ja in den Höhlen jetzt doch recht leer gegangen. Und noch Stoffe. Wenn du viele Hasen hast, dann... Wenn auch nix, wenn man sie halt nicht trifft, ne? Und Lizard. Ich weiß nicht, also bei mir aktuell lagst leider schon ein bisschen, weil einfach meine CPU etwas überlastet ist. Aber da wird bald auch noch eine neue CPU kommen. Wenn man das Geld dafür hat. Das sind ja nicht gerade die billigsten... Netten. Kerne. Ähm, ja. Wir machen jetzt den Cut. Wir sehen uns dann in Part 20 wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn nicht, ihr kennt das ganze Prozedere und denkt ans Abonnieren. Bis zum nächsten Part. Och ganz!